Theben ist zukunftsorientiert. Theben ist innovativ. Theben ist familiär. Licht, Heizung oder mehr im Haus steuern – das bieten Steuerlösungen und Produkte von Theben. In weltweit 60 Ländern sind wir vertreten und gehören zu einem der führenden Experten für Gebäudesteuertechnik. Aber ohne qualifizierten Nachwuchs läuft nichts. Darin sehen wir eine besondere Verantwortung. Deshalb bilden wir bei uns Elektroniker, Industriekaufleute und Fachinformatiker aus. Damit die Ausbildung hier besonders erfolgreich ist und auch Spaß macht, wollen wir unseren Azubis viel bieten. Meine Ausbildung bei Theben gefällt mir, weil man alle kaufmännische Abteilungen durchläuft, einen tollen Überblick über die einzelnen Tätigkeiten in der Abteilung bekommt und als Azubi geschätzt und gefördert wird. Weil ich sofort in das Team integriert wurde und weil ich in den einzelnen Abteilungen verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen darf. Da man in einem ruhigen Umfeld an seinen eigenen Projekten arbeiten kann. Weil die Ausbildung abwechslungsreich gestaltet ist und weil wir hier die Chance bekommen, Verantwortung zu übernehmen. Weil das Arbeiten mit der Abteilung und anderen Abteilungen sehr viel Spaß macht und sehr gut gelingt. Auch außerhalb des Betriebs bieten wir einiges für unsere Auszubildende. Beispielsweise regelmäßige Ausflüge, unter anderem auf den Cannstatter Vasen in Stuttgart oder in den Europapark. Uns ist es wichtig, dass sich die Azubis auch neben dem Beruf gut verstehen. Ich finde die Betriebsausflüge Klasse, sie sind meiner Meinung nach ein wichtiger Teil und auch essenziell zum Aufbau eines guten Arbeitsklimas. Und dieses wiederum finde ich gut für die Zusammenarbeit mit den Kollegen und auch für den Wohlfühlfaktor. Ich finde, durch die Ausflüge lernt man die Leute besser kennen. Auch außerhalb der Abteilung hat nicht immer dieses typische Arbeitskollegenbild vor Augen. Und das finde ich ziemlich produktiv für die Zusammenarbeit. Gemeinsam in die Zukunft mit einem starken Team. Dafür steht die Ausbildung bei Theben. Neugierig geworden? Dann bewerbe dich bei uns für einen Ausbildungsplatz. Oder willst du lieber studieren? Dann informiere dich über ein duales Studium bei Theben. Mehr Infos findest du auf unserer Homepage unter www.theben.de Wir freuen uns auf deine Bewerbung!